Es macht es nicht weniger schmerzhaft, aber nur in der Erkennung und in der Erkennung, was zu Bruce passiert ist, ist einfach... Bruce Willis, der Actionheld, der das Publikum jahrzehntelang faszinierte, hat kürzlich eine herzzerreißende Ankündigung gemacht. Erkunden Sie mit uns den Grund für seine Entscheidung, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Dieses Video erzählt Ihnen von der schwierigen Situation von Bruce Willis und seinen intensiven inneren Kämpfen, sich von Hollywood zu verabschieden. Wenn Sie Bruce Willis lieben, hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit 1, um ihn darüber zu informieren. Und jetzt fangen wir an. In einer gemeinsamen Erklärung, die seine Familie auf Instagram veröffentlichte, enthüllte der 67-jährige Schauspieler seinen Kampf gegen Aphasie und beleuchtete damit die Schwierigkeiten, mit denen er derzeit konfrontiert ist. Laut der Mayo Clinic ist Aphasie eine Störung, die die Fähigkeit einer Person effektiv zu kommunizieren beeinträchtigt, was wiederum Auswirkungen auf ihre Fähigkeit hat, Sprache zu verstehen und auszudrücken. In der Erklärung, die von Mitgliedern von Bruce's Familie, darunter Demi Moore, seiner ersten Frau, unterzeichnet wurde, heißt es, dass die Diagnose einer Aphasie schwerwiegende Auswirkungen auf Bruce's kognitive Fähigkeiten gehabt habe, was es für ihn immer schwieriger mache, seine Arbeit als Assistent fortzusetzen. Schauspieler Für jemanden, dessen Lebensunterhalt auf Kommunikation und Ausdruck basiert, trifft diese Diagnose zweifellos den Kern seiner Arbeit und der Dinge, die ihm am Herzen liegen. In ihrer Erklärung erkannte Demi Moore die schwierigen Zeiten, an die ihre Familie durchmacht, und drückte gleichzeitig ihre Liebe und Unterstützung für Bruce aus. Während sie gemeinsam diesen schwierigen Weg gehen, betonen sie die Bedeutung ihres Zusammengehörigkeitsgefühls und ihrer Durchhaltefähigkeit. Moore schloss die Botschaft mit einer positiven Note ab und wiederholte Bruce's eigene Worte, die besagten, er solle dem Leben gerecht werden. Dies geschah trotz der Trauer und Unsicherheit, die Bruce's schlechter Zustand mit sich brachte. Dieses Gefühl symbolisiert ihre Verpflichtung, Momente, die das Leben zu bieten hat, zu genießen und die Zeit zu schätzen, die sie gemeinsam als Familie verbringen. Über das Instagram-Bild, das auf den Social-Media-Konten von Bruce's Frau Emma Hemming und seinen erwachsenen Kindern geteilt wurde, wurde eine Botschaft der Liebe und Unterstützung vermittelt. Dies ist ein klares Beispiel für die ständige Unterstützung, die Bruce erhalten hat, während er sich aus dem Rampenlicht zurückzieht, um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden an die erste Stelle zu setzen. Die Familie Willis Moore Hemming ist in den letzten Jahren enger zusammengewachsen, insbesondere während Demi Moores Weg der Genesung. Für die Familie war dies eine positive Entwicklung. Es ist gut möglich, dass sie sich durch diese Reise näher gekommen sind, was wiederum Gefühle der Empathie, des Verständnisses und der Unterstützung innerhalb der Familie gefördert hat. Aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen sind starke emotionale Bindungen zwischen ihnen entstanden, die den Grundstein für die unerschütterliche Unterstützung gelegt haben, die sie Bruce derzeit im Kampf gegen seine Krankheit bieten. Während des Covid-19-Lockdowns hatte die Familie die Möglichkeit, ihre Beziehungen untereinander weiter auszubauen. Sie haben ihr Engagement für die Gesundheit des Anderen und ihre Entschlossenheit, jeden Sturm als geschlossene Front zu überstehen, unter Beweis gestellt, indem sie sich für eine gemeinsame Quarantäne in Idaho entschieden haben? Diese Wahl sagt Bände über ihre allgemeine Hingabe aus. Während der Zeit, in der sie voneinander getrennt waren, war es durchaus möglich, dass sie sich gegenseitig emotional unterstützten und Trost und Trost in der Kameradschaft des Anderen fanden. Der sentimentale Beitrag, den Demi Moore vor einem Jahr über Emma Hemming schrieb, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Komplexität ihrer gemischten Familie in dem Artikel gut erfasst wird. In diesem Dokument erkennt sie Hemming nicht nur als Freund, sondern auch als wesentliches Mitglied ihrer Familie an. Sowohl die Tiefe als auch die Komplexität ihrer Verbindung werden durch die Tatsache hervorgehoben, dass es keine herkömmlichen Kategorien gibt, die zur Charakterisierung ihrer Beziehung verwendet werden könnten. Sie sind nun eine zusammenhängende Einheit, die durch Liebe, Respekt und gegenseitige Wertschätzung füreinander verbunden ist und über die traditionellen Rollen, die mit der Familie verbunden sind, hinausgeht. Nach Mures eindrucksvoller Beschreibung handelt es sich um Schwestern, die auf der Achterbahnfahrt des Lebens vereint sind. Es sind Mütter, die zusammen sind. Diese Einstellung spiegelt das große Gefühl der Verbundenheit und Solidarität wider, das die Dynamik ihrer Familie durchdringt. Die Verbindung, die sie verbindet, ist durch den Austausch von Erfahrungen, gegenseitigen Respekt und bedingungslose Liebe entstanden. Diese Bindung dient ihnen nun als Stützpfeiler bei der Bewältigung der Gesundheitskrise, die Bruce durchlebt. Obwohl seine Familie beschlossen hat, die genaue Ursache seiner Aphasie nicht preiszugeben, ist es wichtig zu beachten, dass diese Krankheit durch verschiedene Umstände wie Schlaganfälle oder Kopfverletzungen verursacht werden kann. Willis' Klage gegen Revolution Studios im Jahr 2004, die auf Verletzungen zurückzuführen war, die er sich bei der Produktion des Films Tears of the Sun zugezogen hatte, ist ein Fall, der als besonders bemerkenswert hervorgeht. William Willis erlitt schwere Verletzungen, als er bei einem pyrotechnischen Trick von einer Rakete getroffen wurde. Dieser Vorfall wirft Fragen über mögliche langfristige Folgen auf und verdeutlicht die Gefahren, die mit der Durchführung hochriskanter Stunts im Filmgeschäft verbunden sind. Obwohl der genaue Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und seinem aktuellen Gesundheitszustand noch unbekannt ist, verdeutlicht er doch die Risiken, die mit der Durchführung solcher Stunts verbunden sind. Fans können immer noch damit rechnen. Bruce Willis In nicht allzu ferner Zukunft auf der großen Leinwand zu sehen, obwohl er seinen Rücktritt angekündigt hat. Da er derzeit an acht Projekten arbeitet, die sich in der Postproduktion befinden, wird sein Vermächtnis in der Filmindustrie weiterhin Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann ziehen. Trotzdem ist die Wahrheit immer noch köstlich und bitter. Es ist nicht nach Bruce Willis eigenen Vorstellungen, dass seine großartige Karriere zu Ende geht. Vielmehr ist es auf Umstände zurückzuführen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Mehrere neue Entdeckungen über den Gesundheitszustand von Bruce Willis und die Schwierigkeiten, mit denen er am Set konfrontiert war, zeichnen ein herzzerreißendes Bild eines beliebten Schauspielers, der derzeit in seinen letzten Jahren mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Berichte von Personen, die bei jüngsten Projekten eng mit Willis zusammengearbeitet haben, deuten darauf hin, dass sowohl seine kognitiven Fähigkeiten als auch sein allgemeines Wohlbefinden deutlich nachgelassen haben. In Interviews, die von der Times geführt wurden, äußerten über 20 Personen, die mit Willis zusammengearbeitet hatten, tiefe Besorgnis über seinen Zustand. Willis' Auftritte am Set wurden durch Phasen des Unbehagens und der Ratlosigkeit beeinträchtigt, obwohl er hohe Gehälter verdient, die angeblich bis zu zwei Millionen Dollar für nur zwei Arbeitstage betragen. Als es dem einst so lebhaften Schauspieler schwer fiel, sich an seine Dialoge zu erinnern und mit dem Verlust seiner geistigen Schärfe zu kämpfen, schilderten die Filmemacher traurige Situationen. Berichten zufolge gab ein Schauspieler, der mit Willis unterwegs war, ihm heimlich über einen Ohrhörer-Sprechtexte eine Methode, die in der Branche gemeinhin als Ohrwurm bezeichnet wird. Dies geschah, um die kognitive Beeinträchtigung zu kompensieren, die Willis erlitt. Dank der Unterstützung, die er hinter den Kulissen erhielt, konnte Willis, wenn auch mit Hilfe, durch Situationen navigieren, was den Eindruck erweckte, dass er geschickter sei, als er es im Film tatsächlich war. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, gingen die Schwierigkeiten über die Durchführung eines Gesprächs hinaus. Um die Action-Sequenzen zu realisieren, für die Willis berühmt war, war es manchmal notwendig, Body-Doubles einzusetzen, um die Rollen des Schauspielers zu übernehmen. Insbesondere bei koordinierten Dreharbeiten war es wichtig, einen Ersatz vor Ort zu haben, um die Sicherheit des Publikums zu gewährleisten und die Integrität der Show zu wahren. Während der Dreharbeiten zu Hard Kill an einem Set in Cincinnati vor zwei Jahren soll Willis unerwartet und auf das falsche Signal hin eine mit einer Platzpatrone geladene Waffe abgefeuert haben, berichten mit der Situation vertraute Personen. Schauspieler und Mitarbeiter schienen nach dem angeblichen Vorfall offensichtlich verängstigt zu sein, obwohl der Produzent des Films dies bestritt. Glücklicherweise gab es keine Berichte über Verletzungen. Dennoch war die Veranstaltung eine ernüchternde Erinnerung an die möglichen Risiken, die bei der Arbeit mit Waffen am Set entstehen können. Vor diesem Vorfall wurde bekannt, dass sich nur wenige Menschen, darunter einige von Willis engsten Mitarbeitern, der Schwierigkeiten bewusst waren, die er häufig mit seinem Gedächtnis hatte. Der Ernst seines Zustands wurde hingegen erst im Juni 2020 völlig offensichtlich, als der Filmemacher Mike Burns mit Willis an dem Film Out of Death arbeitete. Willis befand sich mitten in einer Phase großen Erfolgs, in der er im Laufe von vier Jahren in Sage und Schreibe 22 Filmen auftrat. Diese schockierende Nachricht ereignete sich zur gleichen Zeit. Mike Burns, der Regisseur des Films Out of Death, hatte die Gelegenheit, direkt mit Bruce Willis zusammenzuarbeiten, was Aufschluss über das Ausmaß von Willis-Problemen sowie über die Schwierigkeiten derjenigen gab, die mit der Anpassung seines Zustands betraut waren. Die von Burns bereitgestellte Erzählung bietet einen großartigen Einblick in die Komplikationen, die mit der Bewältigung der nachlassenden kognitiven Fähigkeiten von Willis verbunden sind, während gleichzeitig daran gearbeitet wird, die Integrität der Produktion innerhalb der Produktion aufrecht zu erhalten. Fast unmittelbar nach Beginn seiner Arbeit mit Willis wurde Burns die Komplexität des Themas deutlich bewusst. Nach nur einem Tag am Set waren die Probleme des Schauspielers klar, was Burns dazu veranlasste, sich mit dem weitreichenden Problem zu befassen. Nachdem klar wurde, dass Willis' Zustand schwerwiegender war als zunächst angenommen, begann Burns über die notwendigen Modifikationen nachzudenken, um den Anforderungen des Schauspielers gerecht zu werden. Burns stand vor der großen Herausforderung, alle Sequenzen von Willis, die rund 25 Seiten Rede umfassten, auf einen einzigen Drehtag zu komprimieren. Die Zusammenfassung einer so großen Menge an Diskussionen in einem kurzen Zeitraum erforderte eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung, was zu einer Reihe logistischer und kreativer Probleme führte. Dieses gigantische Projekt brachte eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Zweifellos wurde die Komplexität der Arbeit des Regisseurs durch die Forderung erhöht, Willis Sequenzen zu verdichten und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie kohärent und von hoher Qualität sind. Burns stellte fest, dass er am Ende des Tages trotz der Tatsache, dass die Arbeit bestimmte berufliche Pflichten von ihm verlangte, mit widersprüchlichen Gefühlen zu kämpfen hatte. Einerseits gab es ein Erfolgserlebnis, weil die anspruchsvolle Aufgabe, Willis Sequenzen innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne zu filmen, erfolgreich gemeistert wurde. Andererseits herrschte großes Bewusstsein dafür, welchen Tribut Willis Gesundheit sowohl für die Produktion als auch für den Schauspieler selbst forderte. Dieses Wissen blieb während des gesamten Prozesses bestehen. Am Set von Wrong Place hatte Regisseur Mike Burns die Gelegenheit, mit Bruce Willis zu interagieren, was einen tieferen Einblick in die gesundheitlichen Probleme des Schauspielers sowie in die Schwierigkeiten anderer Mitarbeiter gibt, die mit ihm zusammenarbeiten. Diese Entscheidung von Burns, sich aus künftigen Produktionen mit Willis zurückzuziehen, unterstreicht die erhebliche Auswirkung, die es hat, die Verschlechterung des Zustands des Schauspielers und den Tribut, den dies für die Produktion und die beteiligten Personen bedeutete, aus erster Hand beobachten zu können. Von Anfang an wurde Burns mit der Möglichkeit kontaktiert, bei Wrong Place Regie zu führen, was ihm eine weitere Gelegenheit bieten würde, mit Willis zusammenzuarbeiten. Da Burns andererseits um die Gesundheit des Schauspielers besorgt war, suchte er Trost bei einem Bekannten von Willis und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Schauspielers. Willis wurde laut den Antworten, die er erhielt, als ein völlig anderer Typ und als weitaus besser als im Vorjahr beschrieben, was ein Bild des Optimismus vermittelte. Burns fühlte sich durch diesen Beitrag ermutigt und nahm das Angebot vorläufig an, da er davon ausging, dass Potenzial für eine Leistungsverbesserung bestand. Andererseits ließ Burns Optimismus sofort nach, als die Produktion im Oktober begann, da er Willis Zustand persönlich miterlebte. Burns stellte fest, dass sich Willis Zustand trotz der Versprechungen, die er über die Situation erhalten hatte, nicht verbessert hatte. Tatsächlich war er der Meinung, dass sich der Zustand des Schauspielers seit seiner früheren Zusammenarbeit verschlechtert habe. Als er am Set Zeuge von Willis Problemen wurde, verstärkten sich Burns Befürchtungen und ein ernüchterndes Verständnis für die Schwere des Problems wurde geweckt. Nach Abschluss des Films Wrong Place traf Burns die schwierige Entscheidung, sich von allen anderen Projekten zurückzuziehen, an denen Willis beteiligt war. Die Entscheidung, die er traf, basierte auf einer tiefen Sorge um die Gesundheit des Schauspielers sowie auf der Anerkennung der Einschränkungen, die Willis gesundheitliche Probleme für ihn mit sich brachten. Um der Gesundheit des Schauspielers Priorität einzuräumen und sicherzustellen, dass er ausreichend Zeit und Unterstützung zur Behandlung seiner Krankheit erzählt, hat Burns beschlossen, sich von künftigen Kooperationen mit Willis zurückzuziehen. Diese Entscheidung war nicht einfach, aber notwendig. Die Filmdrehs von Bruce Willis wurden in den letzten Jahren von seinem langjährigen Team, zu dem auch die leistungsstarken Agenten der Creative Artists Agency, CAA, gehören, sorgfältig betreut. Sein Management-Team erkannte die gesundheitlichen Einschränkungen des Schauspielers und stellte sicher, dass seine Verpflichtungen sorgfältig kuratiert wurden, wobei die Dreharbeiten in der Regel auf nur zwei Tage begrenzt waren. Darüber hinaus enthielten die Verträge von Willis mehrere strenge Grenzwerte, darunter eine Höchstarbeitszeit von acht Stunden pro Tag. Andererseits haben einige Insider aus der Produktionsbranche offengelegt, dass Willis sich regelmäßig dafür entschieden hat, noch weniger Stunden zu arbeiten und seine Aufgabe häufig in nur vier Stunden erledigte. Fans und Branchenbeobachter begannen an Willis produktiver Produktion von Low-Budget-Filmen zu zweifeln, obwohl diese Anstrengungen unternommen wurden, um seine gesundheitlichen Bedenken auszuräumen. Eine beträchtliche Anzahl dieser Projekte wurde von Rezensenten schlecht bewertet, was dazu führte, dass Internet-Communities sich gegenseitig unter die Lupe nahmen und kritisierten. Nach Angaben der Gruppe, die für die Razzie Awards verantwortlich ist, eine jährliche Veranstaltung, bei der ironischerweise die schlechtesten Filme der Branche vorgestellt werden, wurden Willis zahlreiche Filme mit niedriger Bewertung berücksichtigt. Die Razzie Awards sind eine jährliche Veranstaltung. Durch die Einrichtung einer Kategorie, die ausschließlich Film gewidmet ist, in denen der Schauspieler vorkommt, wurde die Sicht der breiten Öffentlichkeit auf die jüngsten Filmprojekte des Schauspielers ans Licht gebracht. Diese Kategorie wurde als Reaktion auf die Situation erstellt. Aufgrund der Diskrepanz zwischen Willis' einst beeindruckendem Ruf als Hollywood-Schwergewicht und der Qualität seiner jüngsten Filmografie kam es sowohl innerhalb der Branche als auch unter den Fans zu zahlreichen Spekulationen und Debatten. Dies liegt an der Ungleichheit zwischen den beiden. Seine Teilnahme an Low-Budget-Filmen sei auf finanzielle Gründe oder den Wunsch zurückzuführen, trotz seiner gesundheitlichen Probleme weiterhin aktiv in der Branche tätig zu sein. Das ist der Glaube vieler Menschen. Es gibt viele Leute, die sich fragen, ob es für ihn sinnvoll ist, weiterhin Aufträge anzunehmen, die möglicherweise nicht zu seiner Erfolgsbilanz als berühmter Schauspieler passen. Eine Reihe von Filmemachern, die eng mit Bruce Willis zusammengearbeitet haben, haben ihre Besorgnis als Reaktion auf die ans Licht gekommenen Informationen über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand zum Ausdruck gebracht. Diese Ergebnisse haben nicht nur diejenigen, die bedeutende Positionen in der Branche innehaben, zur Kenntnis genommen, sondern sie haben auch andere Menschen fasziniert. Der Regisseur des Low-Budget-Films, White Elephant, Jesse F. Johnson, berichtete von seinen Erfahrungen aus erster Hand, als er Willis in seinem veränderten Zustand bei einem Treffen sah, das in Georgia vor Produktionsbeginn im April des Vorjahres stattfand. Johnsons Begegnung fand statt, bevor die Produktion des Films begann. Da Johnson als Stuntman arbeitete, waren die beiden schon sehr lange liiert. Diese Verbindung geht auf die Zeit zurück, als Johnson arbeitete. Dadurch erhält Johnson eine neue Perspektive auf den Weg, den Willis in seinem Berufsleben eingeschlagen hat. Johnson war jedoch verblüfft über die offensichtlichen Veränderungen in Willis Verhalten und seinen kognitiven Fähigkeiten, als sie am Set von White Elephant wieder zusammenkamen. Johnson war von den Änderungen überrascht. Willis war jemand, mit dem Johnson gerne noch einmal zusammenarbeiten würde. Im Verlauf von Johnsons Beschreibung des Treffens bemerkte er, dass es sehr offensichtlich sei, dass Willis nicht derselbe sei, an den er sich aus den Tagen der Zusammenarbeit in der Vergangenheit erinnerte. Für Johnson gab es einen unmittelbaren Grund, sich Sorgen um Willis Gesundheit zu machen, denn der Kontrast zwischen dem lebhaften und aktiven Schauspieler, den Johnson in der Vergangenheit gekannt hatte, und dem ruhigen Kerl, der gerade vor ihm stand, war bemerkenswert. Johnson nahm es auf sich, seine Bedenken direkt dem Team von Willis mitzuteilen, das von Stephen J. Eads geleitet wurde, der zuvor als Assistent von Willis gearbeitet hatte, nun aber sein Betreuer geworden war. Johnsons Maßnahmen waren durch die Erkenntnis motiviert, dass das Problem schwerwiegender Natur war. Die Methode, die Johnson anwandte, wurde durch eine direkte und ehrliche Untersuchung von Willis' Gesundheitszustand unter Beweis gestellt. Diese Untersuchung verdeutlichte, wie sehr sich Johnson um die psychische Verfassung des Schauspielers und sein allgemeines Wohlergehen kümmerte. Die Dringlichkeit der Situation wurde durch das offene Gespräch zwischen Regisseur Jesse Foy Johnson und dem Team von Bruce Willis deutlich. Als Ergebnis dieses Gesprächs wurden die Filmemacher dazu gedrängt, ihren Plan sofort zu ändern, um den Kriterien des Schauspielers gerecht zu werden. Sie teilten Willis' Wunsch mit, früher zu gehen, und betonten die Notwendigkeit, seine Sequenzen vor Mittag abzuschließen. Die Besatzungskollegen von Willis übermittelten seine Entscheidung, vorzeitig abzureisen. Auch wenn diese Bitte die Gesundheitsprobleme des Schauspielers nicht ausdrücklich anerkennt, impliziert sie doch, dass es notwendig ist, mit seinem Zustand auf eine Weise umzugehen, die sowohl effizient als auch einfühlsam ist. Von dem Moment an, als sie diese Anweisung erhielten, begannen die Filmemacher zügig mit den Dreharbeiten zu Willis' Sequenzen mit der Absicht, seine Rollen so schnell und effizient wie möglich fertigzustellen. Mit fortschreitender Produktion wurde jedoch immer deutlicher, dass Willis kognitive Fähigkeiten stark beeinträchtigt waren. Dies wurde im weiteren Verlauf der Produktion deutlich. Willis schien ratlos zu sein, fragte seine Umgebung und äußerte seine Besorgnis über seine Anwesenheit am Set. So mehrere Besatzungsmitglieder, die sich an die Vorfälle erinnerten. Ein Besatzungsmitglied, das sich an das Gespräch erinnerte, erinnerte sich an Willis' verblüffte Frage. Ich weiß, warum Sie hier sind. Und ich weiß, warum Sie hier sind. Aber warum bin ich hier? Willis hatte die Frage gestellt. Diese emotional berührende Szene machte deutlich, dass es dem Schauspieler schwer fiel, seine Rolle und die Art und Weise, wie er zur Produktion beitragen sollte, zu verstehen. Das Team reagierte mit Mitgefühl und Professionalität auf die Angelegenheit und unternahm alle Anstrengungen, um das Risiko negativer Folgen für Willis Image zu begrenzen. Dies gelang trotz der aufgetretenen Hindernisse. Sie empfanden seine Behinderung nicht als störend. Sie erkannten vielmehr, wie wichtig es ist, dem Schauspieler Hilfe zu leisten und sicherzustellen, dass seine Würde und Integrität während des gesamten Prozesses der Filmfotografie gewahrt bleibt, ohne seinen Ruf zu gefährden. Um das Gefühl der Konsistenz und Meisterschaft in seinen Szenen aufrecht zu erhalten, wurde Willis während des gesamten Prozesses von einem erfahrenen Profi als Puppenspieler betreut. Dazu gehörte auch, ihm bei Bedarf Hinweise und Anweisungen zu geben. Obwohl Johnson die Möglichkeit geboten wurde, mit Willis an der Produktion von zwei weiteren Filmen zusammenzuarbeiten, entschied er sich nach Rücksprache mit seinem Kreativteam letztendlich dagegen, das Projekt fortzusetzen. Diese Entscheidung wurde getroffen, obwohl Johnson eine Zusammenarbeit mit Willis in Aussicht gestellt wurde. Die Entscheidung wurde gemeinsam getroffen, weil alle Menschen ein Gefühl der Angst und des Verlustes verspürten, als sie den scheinbaren Untergang einer großen Hollywood-Persönlichkeit beobachteten. Diese Option wurde aufgrund der Erfahrung jedes Einzelnen gewählt. Johnson betonte die Zuneigung und den Respekt, die er und seine Mitarbeiter für Willis empfanden, und verwies auf die unglaubliche Karriere des Schauspielers, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte, sowie auf den legendären Ruf, den er sich im Laufe seiner Karriere erworben hatte. Als Johnson diesen Kommentar abgab, dachte er an die Erfahrung, die sie zusammen verbracht hatten. Wenn es um den Ruf geht, den Willis als Actionheld hinterlassen hat, insbesondere durch seine Rolle als Detective John McClane in der Stirb-langsam-Trilogie, ist es schwer, das beispiellose Erbe hervorzuheben, das er hinterlassen hat. Aufgrund seiner Leistung in dieser Rolle, die er in fünf weiteren Filmen wiederholte, etablierte er sich als einer der bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods. Durch seine Leistung in dieser Rolle wurde er auf der ganzen Welt zu einem bekannten Namen. Obwohl Willis am häufigsten mit Actionfilmen mit hohen Einspielzahlen in Verbindung gebracht wird, zeigt sein vielfältiges Werk, die Vielseitigkeit des Schauspielers, die sich in seiner Fähigkeit zeigt, sich an verschiedene Rollen anzupassen. Er hat eine Breite und Tiefe bewiesen, die über die Grenzen von Genres hinausgeht, wie seine ikonischen Rollen in Kultklassikern wie Pulp Fiction und Das fünfte Element, sowie seine anerkannte Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren wie Wes Anderson und Terry Gilliam zeigen. Willis hat diese Breite und Tiefe gezeigt. Für seinen Auftritt in der Fernsehserie Moonlighting, in der er in den 1980er Jahren mitwirkte, wurde er für seine Auftritte an der Seite von Sibel Shepard mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Dieser Auftritt war ein zusätzlicher Beweis seines schauspielerischen Könnens und seiner Vielseitigkeit. Obwohl sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, blieb Bruce Willis eine äußerst gefragte Figur in der Filmindustrie. Sein Ruhm wurde durch seine anhaltende Anziehungskraft und seine leicht erkennbare Präsenz weiter gestärkt. Willis' Präsenz selbst in kurzen Teilen oder Cameo-Auftritten brachte einen erheblichen Mehrwert für Low-Budget-Independent-Filme, was die Verbreitung und den Verkauf solcher Filme im Ausland erleichterte. Willis' Anwesenheit machte es auch einfacher, diese Filme international zu verkaufen. Es reichte aus, Willis' Gesicht auf Werbematerialien wie Filmplakaten oder Miniaturansichten für Streaming-Dienste erscheinen zu lassen, um als überzeugender Magnet für die Zuschauer zu wirken. Dies wiederum trug zu einer Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität dieser Projekte bei. Im Laufe der letzten Jahre hat Willis hauptsächlich mit zwei Filmproduktionsfirmen zusammengearbeitet. Emmett Furler Oasis mit Hauptsitz in Los Angeles und 308 Entertainment Inc. mit Hauptsitz in Vancouver. Das von Schauspielern und Produzenten geleitet wird, Corey Large. Beide Firmen haben ihren Hauptsitz ebenfalls in Los Angeles. Durch den Abschluss dieser Vereinbarung zeigt Willis sein Engagement für die Zusammenarbeit mit unabhängigen Filmemachern und die Bereitstellung von Unterstützung für Profis, die gerade am Anfang ihrer Karriere in der Branche stehen. Im Laufe dieser Beziehungen stellte Willis nicht nur weiterhin seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis, sondern spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Einzigartigkeit und Innovation innerhalb der unabhängigen Filmbewegung. Der Vorfall am Set von Hard Kill mit der Schauspielerin Lala Kent ist ein anschauliches Beispiel für die Herausforderungen, unter denen Bruce Willis aufgrund seines sich von Anfang bis Ende verschlechternden Gesundheitszustands leidet. Ihre Rolle in der Reality-Show Vanderpump Rules, die auf Bravo gezeigt wird, ist der Hauptgrund für ihre große Popularität. Willis wurde von Kent über ein beunruhigendes Ereignis informiert, das sich während einer entscheidenden Szene ereignete. Zu diesem Zeitpunkt ist das Leben ihrer Figur in Gefahr und Willis Figur greift ein, um sie aus der Situation zu befreien. Im Verlauf des Szenarios wird dargestellt, dass sich die Figur Kent in unmittelbarer Gefahr durch die Schurken befindet, die sich schnell nähern, und Willis Figur wird dargestellt, wie er herbeistürzt, um den Tag gegen sie zu retten. Doch die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung, als Willis seinen Revolver vorzeitig abfeuerte, bevor er die vorbereitete Linie abfeuerte, was Kent unvorbereitet traf. Dieses Ereignis überraschte Kent. Dies führte dazu, dass die Veranstaltung eine unerwartete Richtung nahm. Aufgrund der Tatsache, dass Kent ihr den Rücken zugewandt hatte, war sich Willis überhaupt nicht der Ereignisse bewusst, die sich während des gesamten Szenarios abspielten. Aus diesem Grund war sie nicht in der Lage, auf die Ereignisse zu reagieren. Kent behauptete, dass er, nachdem er über das Erlebnis nachgedacht hatte, zunächst ein Gefühl des Erstaunens und der Verwirrung verspürte, dem dann der Entschluss folgte, mit den Dreharbeiten zu beginnen und fortzufahren. Kents Professionalität und Beharrlichkeit kamen zum Ausdruck, als sie die Herausforderungen meisterte, die Willis unerwartetes Verhalten mit sich brachte. Dies war trotz der potenziell gefährlichen Situationen, mit denen sie zu kämpfen hatte, der Fall. Trotz Kents Bemühungen, die Situation mit Regisseur Matt Eskandari zu besprechen und nach einer Lösung zu suchen, kam es immer wieder zu ungeplanten Ereignissen, was Bedenken hinsichtlich der Professionalität und Sicherheit am Set aufkommen ließ. Kents Bemühungen waren erfolglos. Im Verlauf ihrer Erzählung beschrieb Kent, wie sie sich bemühte, die Situation zu entschärfen, indem sie Eskandari aufforderte, Willis daran zu erinnern, seine Aussage vorzutragen, bevor er mit dem Revolver abfeuerte. Andererseits ereignete sich trotz dieser Bemühungen in der zweiten Einstellung noch einmal genau die gleiche Abfolge von Ereignissen, was dazu führte, dass Kent während des gesamten Prozesses Gefühle des Unbehagens und der Unruhe verspürte. Die Besatzungsmitglieder, die während des Vorfalls dort waren, legten Beweise vor, die Kents Darstellung untermauerten und den Ernst der Lage verdeutlichten. Dies war der Fall, obwohl Eskandari nicht auf Anfragen nach Kommentaren reagierte. Sowohl die Herausforderungen, die Willis kognitive Beeinträchtigung mit sich bringt, als auch die Einschränkungen, die sie seiner Fähigkeit auferlegt, am Set ordnungsgemäß zu performen, werden durch die Tatsache deutlich, dass die Episode wiederholt wurde. Der Vorfall ist eine erschütternde Erinnerung an die Unvorhersehbarkeit von Willis Zustand und daran, wie wichtig es ist, ein erhöhtes Bewusstsein aufrechtzuerhalten, um potenzielle Risiken effektiv zu bewältigen. Das Ereignis dient als klare Warnung vor dem drohenden Risiko, obwohl das Produktionsteam die besten Absichten hatte und unter anderem Verfahren einführte, um die Sicherheit bei Sequenzen zu gewährleisten, in denen es um den Umgang mit Schusswaffen geht. Die Filmemacher, die bei einer Reihe von Filmen eng mit Bruce Willis zusammengearbeitet hatten, teilten ihre ernsten Befürchtungen und Beobachtungen hinsichtlich der sich verschlechternden Gesundheit des Schauspielers. Der Produktionsleiter von White Elephant, Terry Martin, äußerte seine Besorgnis über Willis' Verhalten vor Ort. Martin war besorgt über Willis' Verhalten. Die Aura der Unsicherheit, die Willis' Verbindungen zu anderen Menschen zu verdunkeln schien, fiel Martin auf. Er bemerkte auch, dass Willis verwirrt zu sein schien. Martin machte die Bemerkung, dass Willis' unerschütterliche Entschlossenheit, sein Bestes zu geben, ein Beweis für seine Professionalität und sein Engagement für seinen Job sei, trotz der Herausforderungen, denen er zu dieser Zeit gegenüberstand. Martins Gedanken über Willis' Gesundheitszustand, die von Trauer und Resignation geprägt sind, würdigen die brillante Karriere des Schauspielers und die großen Errungenschaften, die er für die Filmindustrie beigetragen hat. Martin erkennt auch die Tatsache an, dass Willis wesentliche Beiträge zur Filmindustrie geleistet hat. Andererseits gab sie zu, dass Willis' Ruhestand unvermeidlich sei, was bedeutete, dass seine gesundheitlichen Probleme sich so weit entwickelt hätten, dass es für ihn nicht mehr möglich sei, in der Firma weiterzuarbeiten. Der von Martin dargelegte Standpunkt veranschaulicht die widersprüchlichen Gefühle, mit denen sehr viele Menschen konfrontiert sind, die im Laufe ihrer Karriere mit Willis zusammengearbeitet haben. Obwohl es echte Bewunderung und Respekt für das Gesamtwerk des Schauspielers und die unauslöschlichen Spuren gibt, die er im Kino hinterlassen hat, ist man sich auch darüber im Klaren, welchen Tribut das Alter und der sich verschlechternde Gesundheitszustand vom Schauspieler gefordert haben. Das Gesamtwerk des Schauspielers und die unauslöschlichen Spuren, die er im Film hinterlassen hat, wurden beide erheblich durch das Alter des Schauspielers und seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand beeinträchtigt. Willis hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner unglaublichen Karriere erreicht, indem er die Entscheidung getroffen hat, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein. Die getroffene Wahl ist der Abschluss einer Ära für einen der bekanntesten Menschen der Hollywood-Branche. Es ist wahrscheinlich, dass sein Ruhestand mit Gefühlen des Bedauerns und des Verlangens verbunden sein wird. Dennoch bietet es auch die Gelegenheit, über das bedeutende Erbe nachzudenken, das eine große Kino-Legende hinterlassen hat. Was denken Sie über Bruce Willis' Entscheidung, sich aufgrund seiner Aphasie-Diagnose von der Schauspielerei zurückzuziehen? Teilen Sie unten Ihre Kommentare mit. Wir hoffen, dass dieses Video wertvolle Erkenntnisse geliefert hat. Denken Sie daran, weitere Inhalte zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in unserem nächsten Video. Wir sehen uns in unserem Video.